Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Der Deadcrafter. Die Erde bebt. Kommen Sie rein, junge Dame. Ich habe mich verlaufen. Wir kommen hier runter. Pass auf, ehrlich. Ja, ich liebe die GV. Was ist das Rote-Zeug? Ich weiß gar nicht, was das ist. Schon wieder alles vergessen. Ei, ei, ei. Ach, Iridium könnte das sein. Iridium könnte das durchaus sein. Was sagt eigentlich unser Essensbestand? Gar nichts, ne? Ganz schwierig. Ja, also wir sind wieder da. Und ja, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Erstmal gucken, dass wir vor allen Dingen unsere... Warte mal, wir müssen noch... Ach Gott, diesen ganzen Rums müssen wir auch nochmal machen, ne? Bildschirm Terraforming, Fortschritt. Baupläne. Baupläne. Eisensilizium. Wo machen wir denn die Bauplänecke hin? Das ist die gute Frage. Also hier würde ich die Essensecke hinmachen. Kann man da auch noch in die Richtung nachher erweitern. Den Eingang am liebsten freilassen. Aber ist okay. Hier. Geht nicht. So kann ich hier nicht setzen. So, weil ich es drehen muss. Geht das? Immer noch nicht. So kann ich da nicht ansetzen. Unfassbar. Aber hier kann ich es hinsetzen. Brauche ich einen Tisch? Wo ich erst einen Tisch baue? Tisch zum Platzieren deiner Bitsche. Ja, dann. Erstmal ein Tisch. Kann ich nicht. Bei mir irgendwas... Ne, doch kann ich. Kann ich hier zwei setzen? Zwei nebeneinander? Das wäre cool. Mal gucken. Wo soll die Essensecke hin? Wieso kann ich nicht weiter nach hinten? Was ist das denn für ein Kram? Also du weißt, es ist nicht Essensecke, sondern hier ist die Essense... Warte, lass mich erst mal hier den... Wieso? Geht das nicht? So, doch, geht. Oh. Genau, so weit es geht nach... Da einpacken. Genau, da steht er richtig. So, und dann einmal... Warte mal, wir sind sofort bei dir. Bildschirm, Baupläne, Energieverbrauch. Mir fehlt noch Magnesium. Haben wir Magnesium? Also Essensecke? Weiß ich nicht. Hier. Und dann kann man das ja in die Richtung erweitern. Vielleicht. Lager direkt am Eingang. Ja, könnte Sinn machen. Macht vielleicht sogar Sinn. Aber ich meine, wir bauen ja... Wir sind wahrscheinlich eh nochmal tausendmal rum. Also von daher. Silizium, Olybium, Magnesium für Bildschirmvertrauen. Monitor, Energieverbrauch. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Magnesium brauche ich noch. Haben wir noch Magnesium? Äh, Magnesium. Äh, ich sollte auch mal was essen, hat er gesagt, ne? Äh, ich gebe mir mal einen Kürbis und, äh... Ja, weiche erst mal. Äh, was soll ich bauen? Energieverbrauch. Den Monitor des Energieverbrauchs. Und zwar so schön ein bisschen schief. Geht das noch weiter? Äh! Wir können ja auch eine zweite Etage machen. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. So, dahin. Äh. Schwebende Tische. Geil. Äh. Okay, doch. So. Und dann. So. Nach hinten in die Ecke. Da hin. Aha! Was machst du mir jetzt? Jetzt kann ich dich nicht anknipsen. Oh, ich will dich anknipsen. Interface anzeigen. Du bist zu weit weg. Boah, leck mich doch. Hahaha. Welch ein Käse. Zu weit weg, ey. Bist du da okay? Kann ich dich danken. Riesen baut einen Bildschirm hin. Du kriegst es nicht hin. So. Wieso? Was ist denn? Äh. Baut dich an die Wand. Du kannst mich mal. Das ist voll schwebend alles hier. Wofür habe ich einen Tisch, wenn ich ihn nicht nutzen kann? Ich will ja nicht auf den Tisch springen. Mach's ja gar keinen Sinn. Wofür haben wir noch 27 kW übrig. Das ist nicht viel. Ei, 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 ei. Was kostet ein Sonnenkollektor? Ein großer, aber mit Alu, ne? Ich bin schon dabei. Hast du schon? Okay. Ja. So, Heizung, Iridium, Iridium. Weiß ich noch nicht. Heizungstufe 1, 2. Lithium und Aluminium. Aluminium haben wir. Silizium haben wir bestimmt. Auch schon. 1, ja. Äh, warte mal. Vielleicht wäre eine Leiter nicht verkehrt. Oder hier so eine Innenleiter. Da. Eisen und Kobalt. Äh, wo packen wir die denn hin? Äh, hier in die Mitte geht leider nicht, ne? Die gehen nur echt mitten in den Raum? Ist ja doof. Hier? Hier, direkt in den Eingang. Neben der Titankiste. Ja. Entschuldigung. Oder? Hab ich abgekitzelt. Das war eklig. Was machst du denn? So. Steht die mittig? Wenn ich aus dem Weg gehen würde? Ja. Sexy. Wir haben eine Satellitenschüssel. Wofür auch immer wir die haben. Wir haben sie einfach mal gebaut. So. Und wieso komme ich von hier nicht an dieses Elektro-Ding dran? Ich muss auf den Tisch springen. Das ist ja total Banane. Da ist noch niedrig. Ich brauche Wasser. Haben wir noch Wasser? Hab ich noch Wasser? Ich habe kein Wasser mehr. Ah! Haben wir noch Eis? Neue Mitteilung erhalten. Kann ich nicht gucken. Ich habe keinen. Wir müssen hinten abbauen. Hier ist Eis. Ich brauche eine Wasserflasche. Dankeschön. So. Als nächstes. Als nächstes. Als nächstes. So eine Mitteilung erhalten. Dafür müsste ich diesen Mitteilungsbildschirm bauen. Eisen, Silizium, Silizium, Magnesium. Wollen wir mal. Äh. Ja. Äh. Ja. Eisen ist noch drin. Brauchst du Magnesium. Wo siehst du denn Eisen? Hier ist kein Eisen. Ich habe es in den Schrank getan. In den Eisenschrank. Ach da. Eisen, Silizium, Silizium, Magnesium war das. Silizium, Silizium und Magnesium war hier dran, ne? Ne. War das Eisen, Magnesium? Ich habe es vergessen. Mitteilung ist... Genau. Magnesium. Magnesium. Hier. Danke. Mitteilungs... Kann ich den hier draufsetzen, ohne dass das doof ist? Er schwebt in der Luft nachher. Ich kann den... Kannst du da anklicken? Nur von der Seite. Von der Seite, Pech. Halt. Interface anzeigen. Oh, wir haben zwei neue Nachrichten. Ansträfling, GP, blablabla. Sie haben beschlossen, in der Strafe und Auslieferung umzuwandeln. Was? Wenn Sie wollen, dass Sie alle... Dass alle gegen Sie ausstehenden Anklagen fragen gelassen werden, müssen Sie diesen Planeten vollständig terraformen. Unsere Sensoren scannen regelmäßig Ihren Fortschritt und senden Ihnen die erforderlichen Baupläne. Versuchen Sie auf keinen Fall, Sentinel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keinen Fortschritt beim Terraforming feststellen, werden Sie als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Sie können kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für sich beanspruchen. Sie dürfen nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Sie dürfen diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Ja, 3058. Nö. Deine Planetenspezifikation. Identifikation? Kennen wir mal nicht. Unternehmenseibigentum. Unbeansprucht. Meiner. Bewohnbarkeitsgrad 0. Doch, hier sind zwei Leute. Sektor Isiziel Prime. Geschichte kennt man nicht. Der Planet befindet sich im Sektor... Blablabla. Bequert wird der Sektor... Blablabla. Blablabla. Alles klar. Das nervt mich aber echt, ne? Dass man... Man hat einen Tisch, aber man kann da nicht drauf zugreifen. Das ist... Kann ich den Tisch auch wegbauen. Warum kann ich das jetzt nicht zerlegen? Was ist noch hier drin? Verstehe das nicht. Verstehe ich echt nicht. Kann ich dich an die Wand packen? Dann kann ich es sehen. Aber du schwebst dann in der Luft. Ey, das ist ja mal ein Herr Kröniger. Nein, bloß nicht. Vielleicht probiere ich es nochmal mit dem Tisch. So, vielleicht... Warte, einfach nur... Oder muss ich den drehen? Äh, hä. Komm, dreh mal weiter. Dreh weiter. Dreh weiter. Dreh weiter. Warum kann ich den nicht zerlegen? Was soll ich das wissen? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du da tust. Und wieso kann ich den Tisch nicht mehr da hinten hin... ...wischen wirken? Äh. Ich kann das Wohnmobil nicht zerlegen. Warum denn? Modul. Ich kann das Wohnmobil nicht zerlegen. Ja, dann wird da wahrscheinlich irgendwas noch drin sein. Da ist nichts. Bist du sicher? Ach, jetzt... Ah. Jetzt, ich habe es verstanden. Okay. Der war einfach zu nah dran. Geht doch. Ja, du kannst das. Ich aber nicht. Nee, ich habe es ja nicht zerlegt. Du hast es zerlegt. Äh? Nee. Komisch. Komisch. Das war jetzt sehr creepy. Ja. Guck mal, die dürfen nicht so nah an der Wand stehen. Dann kann man die auch drauf... Jetzt kann man noch von vorne gucken. Hallo. Ist ja merkwürdig. Aber es geht mir auch bis auf den Nerv, dass die mitten drin ist. Statt nur dabei. So. Fertigungsstation ist hier. Ah. Was können wir denn noch bauen eben? Was wir unbedingt haben müssten? Äh. Sollten wir nochmal... Warte mal. Wir brauchen Bildschirmfortschritt. Terraforming. Bildschirmbaupläne. Eisen und Silizium. Äh. Eisen. Äh. Silizium. Den könnten wir hier irgendwann an der Wand pappen. Wenn das denn geht. Ne. Ich wollte... Äh. Baupläne. So. Ich will dann mal versuchen rüber zu gehen und was abzubauen. Der Fels anzeigen. Ah. Jetzt können wir das machen. Vorratsschrank. So. Ja. Äh. Aufpassen bitte. Ich meine das geht. Man kann direkt in einem da herüber. Aber es wird nicht unbedingt eng. Aber es läuft. Pflanzen. Röhre Stufe 3. Cool. Bildschirmfortschritt haben wir schon. Leuchtfeuer brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Bora haben wir schon. Dat haben wir auch schon. Gibt es bei uns noch. Erstmal gar nichts. Und wir sollten mal wieder was essen mittlerweile. Äh. Äh. Ich habe noch eine Weltraumahnung. Okidoki. Was sollten wir uns hier noch an die Wand pappen? Eisen, Silizium, Kobalt. Obwohl, ne. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Materialien ranschaffen. Machen wir noch eben eine Wasserflasche. Was zu essen haben wir noch. Ich habe noch einen Kürbis dabei. Apropos Kürbis. Bist du fertig? 2,90% bist du fertig. 2,90% bist du fertig. 2,90%... Hier ist nichts fertig. Äh. Goldener Samen. Ach, die Pflanzenröhre wollte ich noch bauen. Richtig, richtig. Pflanzenröhre. Eisen, Eis, Eis, Silizium. Reisen. Eizium. Ne, ich komme nicht bis hin. Das ist voll im Weg. Mann. Doch, das passt. Ich habe es ja auch geschafft. Ne, ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie viel O2. Ich habe 280. 200. Ja, okay, gut. Das könnte was eng werden. Eis. Eis. Man sollte es auch mitnehmen. Äh, da. Da müssen wir hin. Und da gucken wir mal. Nö. Schaffe blauen Himmel. 175 Ti. Wir haben... Kti. Ich glaube, das ist noch... Da kann ich ja hier die Monitore abbauen. Ich glaube, das ist noch viel zu wenig. Ja, klar, bau ab. So, da könnte man die Pflanzenklamotten... erst einmal hier hinstellen. Pflanzenröhre. Stufe 2 oder Stufe 3? Ne, da brauche ich ein Alu. Hä? Was habe ich denn vorhin geguckt? Nahrungssicher. Pflanzenröhre, Stufe 3. Wasserflasche habe ich. Ich brauche noch ein Silizium. Ich brauche ein Silizium hier. Dann, äh, was brauche ich noch? Habe ich vergessen. Alu. Äh, Alu war, glaube ich, hier. Könnten wir hier vielleicht oder da. Dort. Oder hier. Oder da. Oder wohin? Ich bin unsicher. Ich weiß es nicht. Könnten den aber vielleicht... Hallo. Kann ich den hier drin nicht platzieren? Der muss draußen sein. Verzahre. Okay. Dann, äh... Stell ich ihn erst einmal da hin. Äh, wo ist der goldene Samen? Da ist er. Stell ich ihn erst einmal hier hin. Und, äh... Blub. Sehr sexy. Uh, jetzt geht der Terraforming-Index... Ja, er rattert. Nicht unbedingt, aber er geht. Äh, ja. Etwas schneller. Ja, etwas schneller auf jeden. Also, noch eben... Mal ein wenig, äh... Eis holen. Ich hoffe, ja. Genau, wir können gleich auch mal gucken... Wann wir die Wassersammler bauen können. So, ich, äh... Hol jetzt erst einmal was Eis. Lass wir uns ein paar... Äh... Kiste. Mal Mitteil anhalten. Uh, Wasser. Äh, ja. Gib mal her. Wenn. Kiste zerlegen. Und direkt wieder nach Hause, weil... Inventar ist höchstwahrscheinlich voll. Ja. Und dann gucke ich mal eben die neue Mitteilung. Nachdem ich gleich auch nochmal eben was getrunken habe. Wow. Da kann man ganz schön hoch springen, der Kollege. Warnung, Bewässerung niedrig. Ist mir bewusst, äh... Äh... Jetzt nicht mehr. Mitteilung erhalten, hat er gesagt. Äh, wo ist die Mitteilung da? Nachricht von Riley. Hallo. Ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in ihrer Kapsel und vielleicht den Weltraumwachs finden. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn sie die richtigen Voraussetzungen erfüllen. Versuchen sie also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserung sind von elementarer Bedeutung. Erforschen und verbessern sie ihre Ausrüstung, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie. Äh, hat sie. So, war sehr interessant. Was wollte ich machen? Wo soll ich das Lager denn jetzt weiter hinbauen? Ja. Ist richtig. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist jetzt... Gucken. Gucken. Wir gucken mal. Ich wollte es ja hier gerade ausbauen. So. Lass mal gucken. Also hier oben ist das. Hier kommen wir rein. Dann hier. Hier kommen wir rein. Hier ist Lager. Warte mal. So eine Kiste kostet Eisen, ne? Und Titan. Und noch ein Titan. Ja. Wenn man zum Bleistift... Herstellungstärkung. Sehr cool. New Sky. Reach Blue Sky. Wenn man ein Wohnmobil... Äh, warte mal. Die Kisten sind hier, ne? Steuerung. Geht nicht, weil ich nicht genug habe. So. Da kommen wir jetzt erstmal nicht dahinter. Weil die blöde Leiter im Weg ist. So. Dann könnten wir ja... Ich weiß es nicht. Wir müssen echt mal gucken. Ja, der Länge nach dadurch, oder? Ja, natürlich. Wir könnten dann... Ah, warte mal. Das ist gut. Ich baue mal... Äh... Lass uns hier die Kommandozentrale machen. Hier mit... Mit den ganzen Bildschirmen und so. Ah. Ja? Okay, und dann gehe ich hier weiter. Genau. Und vielleicht den ersten Schrank vielleicht noch weg. Ja, den mache ich weg. Alles klar. Ähm, dann packe ich da erstmal nichts rein. Äh, Silizium habe ich... Nein. Wasser. Ich mache mal ein paar Wasserflaschen. Oder? Warte mal. Ja. Ich schmeiße hier mal eine zu, falls du noch hast. Falls du nicht brauchst. Äh, lup. Schön. Und den Rest packe ich erstmal da rein. Und dann baue ich da hinten mal eben die Dinger ab wieder. Zum dritten Mal. Heizus, Stufe 3. Sexy. Oh, äh. Oh. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Dann... Äh, nochmal den Tisch. Zum zehnten Mal. Zu nah hinten an die Wand geht nicht. Dahin. Kann ich den hier draufsetzen? Komme ich dran? Ich komme dran. Ist das sexy? Oh, der steht... Ich mag das nicht, ne? Ich weiß, ich lerne es nicht. Okay, kann ich dir an mir anzeigen lassen. Energieverbrauch. Äh, warte mal. Da lag doch Zeug, ne? Sieh ich das noch? Hast du eingesammelt? Ja. Okay. Ähm, ich bräuchte nochmal für die Baupläne nochmal einen Eisen. Hast du irgendwo eine Eisenkiste? Da. Ja, da ist noch ein Eisen. Danke. Und schon geht der Drumgebau los. Äh, so. Baupläne. Dahin. Komme ich dran. Dann kann ich den aber auch noch weiter nach hinten setzen. Hier, ne? Was hin? Ich seh das nicht. Oh. Ja. Sieht gut aus. Man kommt dran. Man kann es lesen. Perfekt. Äh, noch einen zweiten Tisch. Vielleicht zwei Eisen. Uh, wir haben Platz. Sexy. Äh, ne. Vielleicht kenne ich unbedingt einen zweiten Tisch. Eisen, Silizium, Kobalt. Eisen, Silizium. Terraforming-Fortschritt wäre vielleicht nicht unverkehrt, ne? Hallo, hallo, hallo. Was hast du von drüben jetzt mitgebracht? Ich habe nur einen Schrank erstmal aufgelöst, weil dann das Inventarf war. So kann ich... Doch, da kann ich was hinsetzen. Den hätte ich gerne. Da hin. Sehr sexy. So, ich baue uns jetzt mal groß, ein Crafting-Table. Ja bitte, es läuft. So, was haben wir für den? Eisen, Silizium, Silizium. Das letzte Eisen. Silizium ist hier. Silizium, Silizium. Das letzte Silizium. Aber es ist nicht schlimm, aber wir brauchen leider Gottes diese blöden Monitore. Ja. So. Da hin. Ja, sieht gut aus. Come on. Äh, ne. Sieht nicht gut aus. Ah, besser. Besser auf jeden Fall. Kiste ist leer, das heißt, die kann weg. Uh, energy. Ja. Kürbis ist fertig. Kürbis ist fertig. Kürbis ist fertig. Wir haben drüben, glaube ich, auch noch eine Kiste mit dem ganzen Saan und Zeug, ne? Das steht ja aber doof da. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Oder wir packen die auch nochmal woanders hin. Obwohl, da geht eigentlich. Uh, Sauerstofftank. Stufe 4. Rucksack Stufe 4. Raketentriebwerk haben wir, die brauchen wir nicht. Ein Jetpack. Wir haben in der Alpenbase... Ne, wo habe ich doch Raketentriebwerke gehabt. Äh... So, jetzt können wir jetzt hier rausgucken. Finde ich schön. Wow, hallo! Lächst du manchmal die Lampe aus? Ja, das wäre sehr schön, das ist etwas hell. So, ich gehe mal eben nochmal zur Alpenbase. Und dann bringe ich da noch... nichts mit, weil ich habe das Inventar voll. Lass mich hier drauf. Dankeschön. So, was haben wir eigentlich da? Habe ich Kobalt da? Nein. Habe ich... Aluminium, Titan... Nein. Medium. Das habe ich mit. Äh, Aluminium. Da. Eisen, Eis, Uran. Aber hier. Ah, hier ist noch Raketentriebwerk, sage ich doch. Warte mal, dann hast du das da drin und das da drin. Genau, ja. Packen wir Superlegierung auch erstmal mit dabei. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal rüber. Äh, habe ich Platz? Ja, das passt. Das passt schon, das passt schon. So, die Richtung war das. Dann holen wir uns das Zeug erstmal da rüber. Ah, bist auch schon da rüber laufen. Das sieht so aus mit den Stummelbeinchen, ey. Das ist mal lustig. Bitte, 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 bitte. Das sieht richtig lustig aus. So, ja und dann kann man echt mal gucken Ja, da müssen wir echt Erkundungstouren und so weiter und so weiter machen Goldene Kiste Ja, die hatte ich schon halb gelootet Ne, die nicht Tatsächlich, die nicht Voll versteckt Ja, ist gut Ich aber, vielleicht Nein, doch, doch Jetzt guckt es euch an, das sieht so lustig aus mit diesen Stuhlbeinchen Wow, wow Okay, springen ist nicht förderlich für den Sauerstoffhaushalt Oh Gott Und dann, gucken wir mal Ob wir irgendwas schon upgraden können Rucksack können wir schon upgraden, habe ich gesehen Sollten wir definitiv machen und dann Ich glaube, farben wir hier unten noch die ganze Ecke leer Äh, spring bitte mal da drüber Dankeschön Dann wird es langsam Zeit für die Jetpacks Dann ist das Ganze wesentlich angenehmer Wesentlich, wesentlich angenehmer Ich hätte nicht gedacht, dass man da schon so zügig schon drankommen kann Aber das heißt so zügig Ich meine jetzt gut Ich spiele jetzt hier auch schon zwei Stunden oder so Oh, das passt aber ziemlich genau Mit dem Sauerstoff So, was haben wir denn noch hier? Ja, wir haben ja noch so viel Zeug Sonstiges Äh, wir sollten Was sollten wir mitnehmen? Mit die Superlegierung sagen Weil die bräuchten wir zu Was ist das? Mikrochip Abbaugeschwindigkeit Stufe 1 Ja, den brauchen wir nicht Was ist da drin? Oh, Gottchen Wir haben hier so viel Zeug Und ich weiß nicht Titan sollten wir mitnehmen Brauchen wir Äh, schon ist meine Kiste voll Und Den Nulln So, Schangsamen Oder sollten wir die Die Dinger hier mitnehmen? Die Heizungen? Äh, ich nehme was Eisen mit Ich kann kein Eisen mehr mitnehmen Inventar ist voll Äh, ich laufe mal wieder zurück Äh, wo ging es zurück? Äh Da lang Einfach da hinten im Berg gucken Genau Irgendwie so war das doch Äh, nicht springen Ist nicht gut Das ist nicht Minecraft Das Rennen ist eh schon schlecht Für den Sauerstoffhaushalt Deswegen, deswegen Vielleicht Doch mal eher gucken Den Sauerstofftank Vielleicht nochmal zu upgraden Ich bin unsicher Ja, bei mir auf jeden Fall Weil ich erst 200 Ja, das ergibt auf Das ergibt auf Das ergibt auf jeden Fall Sinn Das stimmt So Uh, ja Ja, ja doch Ja, ja doch Ja, ja doch Also das passt auf jeden Fall Bei mir Mhm Bei mir leider noch nicht Ja, noch nicht Höher springen Pfff Pfff Ich glaube Ja, dann